Musik 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 Das Christbaumtauchen wird bereits seit über 20 Jahren in Mietersil veranstaltet. Uns ist es besonders wichtig, diese Tradition nicht zu vergessen. In einer Zeit, wo die Tage immer kürzer werden. Zu Beginn kommt die Jugend, die ca. 25 Kinder und Jugendliche umfasst, mit Fackeln und bilden einen Spalier. Als nächstes kommen die Rettungsschwimmer mit Fackeln, welche ins Wasser gehen und dort einen Kreis bilden. Die Tradition, das Christbaumtauchen der österreichischen Wasserrettung in Mietersil ist ein Bitten und Danken gleichermaßen. Eine Veranstaltung, um den Toten und Vermissten unserer Gewässer zu gedenken und jenen Kameraden, die dieses Fest nicht mehr mitfeiern können. Zu den Tönen Stille Nacht wird dann in der Tiefe der Christbaum erleuchtet, um von einem Taucher an die Wasseroberfläche gebracht zu werden. Wir danken für die zahlreichen Einsätze, die mit Erfolg und unfallfrei das Jahr über beendet werden konnten. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Wir bitten, fürs nächste Jahr alle Einsatzkräfte wieder wohlauf und unbeschadet zur Seite zu haben. An und Help! An und Somebody An und gerne An und parentide An undädte An, und Herepi An und Main An und 했 uns Genere An und An Sch束